da links das Plakate he so und drinnen okay ja wahrscheinlich wenn wir rausgehen dann wenn wir rausgehen kriegen wir ja vielleicht den Auftrag ja dann doch vielleicht darf es einfach nur ein PC hi die Party ist vorbei wir haben dich auf frischer Tag aber weil er nicht den Zerr und möglichen kann ich sagen Nütze 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 Ardern die Musik vor Augen in der Zeit hätte ich vielleicht die Millionen fertig gemacht Warte 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 gehen gehen die für dich passende Toilette auf dem Spielplatz aha machen wir mal den hier genau erforsiere mal bis wir vielleicht eine neue Emission kriegen oder so auf dem Weg bis denne bis denne bis denne oh geil mäm mit dem riesen vor boah was geht da ab was geht da ab oh mein Gott uiuiuiuiui so dann schauen wir mal die passende Toilette wenn wir die überhaupt finden einmal genau kann ich da eigentlich ich könnte nicht naja genau alle ich hin alle ich hin alter hätte ich mit dem kleinen Selfie machen können das merkt man am Geruch oh ähm hi hallo wie geht denn so ähm oh ok oh da nehmen wir natürlich mal Mysterium statt ah da können wir die lassen genau können wir die lassen ja auf alle Fälle oh Mysterium hat anscheinend richtig geile fetzige Fähigkeiten na dann let's go ach du scheiße die schauen aus die Leute oh man oh man oh man die schauen aus das ist Wahnsinn einmal perfekt so und jetzt werden wir alle schön brav anzünden ok fast alle im Endeffekt aber viele werden angezündet sehr viele ist durch der mit 700 bis der Spot und der Ass holy shit genau brenn die brennen aha so oh oh ja dann mach ich dies auch hoppala ich hoffe das Feuer bleibt dann noch super Klimasteuerung hoffe das Feuer bleibt noch ja es schaut so aus wie wird das Feuer bleiben weil dann stirbt er wenigstens gleich mal lobe Digi lobe lass es lass es einfach lass es einfach Digi das bringt sich nichts ok oh holy shit mach mal den hier mach mal den hier yeah haha what the fuck ach du scheiße geile Fähigkeiten ok dann gibt's das hier gibt's das hier ja guck mal den hier hm hm nices Geschütz am Start damn das war schon geil so der eine geht jetzt auch mal ja erstens weil es kalt ist und weil er brennt geht sie ja geht sie aus geht sie aus und tschüss Wander Tweek geil das ist nicht schlecht Autsch ei 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 und brennt wieder der Digi so der andere bewegt sich jetzt wahrscheinlich dann auch mal ach du scheiße was gehen wir jetzt mehr warte jetzt machen wir mal den hier hm ja mach mal den hier mach mal den hier und tschüss hohohoho damit sich gleich einmal ja genau damit sich das gleich einmal alles ändert ein bisschen hm ja mach mal bei ihm den Schutz genau das ist sicher nicht schlecht ach so das war ein Tausch oder wie ah okay Positionsänderung das kann richtig richtig hilfreich sein das kann richtig hilfreich sein so machen wir mal den hier genau und ist der mal wenigstens weg vom Fenster wenn wir da vielleicht nochmal die Attacke machen geht sie aus geht sollte sie vielleicht ausgehen yes und perfekt so abfeuert abfeuert geil geil oh ja ha geil machen wir den ah geht ah geht sie aus geht sie aus oder machen wir ja machen wir den hier fix damit wir das auch mal gesehen haben das war so klar bei dem Typen das mit Kaffee holy shit jetzt kommt er ganz ein Leben überhaupt über haha oh man oh man oh man aber richtig geile Aufstellung mit den Charakteren ist es auch richtig nice zu kämpfen nicht schlecht bis sie geht sie in Penna wow so nimmer Jesus das ist ja genau das weg ja das muss echt schlimm für dich sein naja egal hör mal ich hab ein Problem ich bin wie du ein Außenseiter ich hab auch mitgekriegt dass die Erwachsenen in unserer Stadt sich immer selbst immer benehmen aber keiner hört auf mich ich hab da meine Instagram Profile von Eintraglichen um irgendwelche Zusammenhänge zu finden und da ist es passiert jemand hat meinen Datenvolumenvertrag deaktiviert mein Handy ist tot ha 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 geil er muss dafür beteilen ich stelle den Mobilfunkanbieter zur Rede ich kann das nur nicht alleine ich brauche dabei deine Hilfe ja kein Problem kein Problem wird erledigt na dann helfen wir ah gehen wir mal mit dir mit ich hoffe das wird auch die richtige Richtung sein ja ich hoffe sie ist noch immer da wenn wir dann wenn das geladen ist noch ein bisschen machen scheiße ah müssen wir ja noch grad aus na dann gehts ja eh wie ich bin nehm ja ha 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 geil ich nehme mal an zu den Freemann-Takos wird sie wahrscheinlich nicht reingegangen sein nöp da müssen wir nur eine Weile gehen die neuen Öffnungszeiten nie bis zum Danknimmerleins Tag nöp 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 hon nöp Vielleicht hat einfach der Vater... Oh. Okay. Ah ja. Ich wusste es, die Telefongesellschaft wurde von Krabbenmenschen übernommen. Wir haben uns in Haft. Korgel! Rettung! Korgel! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Na dann. Krebsmenschen, wir machen Krebsmenschen. Schön wir dir zusammen für alle. Oh, machen wir die Krebsmenschen fertig. Holy shit. Ach du Scheiße. Einmal... Bitte schön. Da brennen die wenigstens und brauchen dann wenigstens sogar noch einen kompletten Durchgang, bis sie mal angekommen sind. Ach so. Was, die können da einen Schritt genau wie. Holy shit, wenn ich mal... Das hier... Ja, machen wir das hier gleich. Oh. Autsch. Hi. Alter, nein. Nein. Einfach mal gegangen. Nein. Brenn, Digi. Und stirb. Sicher nicht ein Typ, der was mich da verletzt. Ach du Scheiße. Magikar King Krab Vapurari. Oh mein Gott. Holy shit. Besiege den Krebskönig. Oh mein Gott. Oh man, oh man, oh man. probieren wir es einfach mal versuchen wir mehr zu machen aha okay ja und da warte 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 wenn wir ja noch mit hier talk genau ja und tschüss oh nicht schlecht mit Selfie Sticks Autsch Autsch so einmal kurz wie für uns so wenn wir natürlich schauen dass wir hier jeden schön waff anzünden werden einmal oh ja und der wird auf alle Fälle angezündet schützt holen und ja und tun wir ein bisschen telefonieren die G genau und der ja die Acker um ein gott und oh mein gott oh mein gott oh mein gott kauft einfach so wie Acker geil 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 oh man oh man oh man oh man oh man was willst du mich verarschen hauptsächlich du brengst Arschloch hauptsächlich du brengst oh mein gott 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 das war was der hat um eins überlebt wohl ziemlich verarschen oh mein gott oh mein gott das war hauptsächlich aber mein gott du hast gewonnen sogar noch die dna und anscheinend kommen dann noch mehr krebs menschen zustande weil wir 15 davon mal machen müssen sie küssten sie küssten wie menschen ach du scheiße ach du scheiße sie küssten wie menschen oh mein gott holy shit was geht denn da ab in diesem verfickten spiel oh man oh man oh man ja hauptsache sie sitzt da oben okay wieso kriegen wir eigentlich trotzdem noch immer keine Aufgabe eigentlich von denen das verwundert mich jetzt eigentlich sehr naja wieso wir eigentlich noch immer keine Aufgabe haben hm und da auch die millionen zelt nicht gemacht minimum rising hm okay na gut schau mal einfach noch mal da ich probiere na genau ah vielleicht natürlich dass ich jetzt da auch das ist das ist das ist